Ich sehe einen wunderschönen Engel. Ich bin Ihnen völlig ausgeliefert. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich werde es Ihnen beweisen. Wir bewegen uns auf dünnem Eis und könnten jederzeit einbrechen. Aber niemanden scherzt's. Aber warum muss das denn immer so sein? Weil es so ist. Bild dir nicht ein, dass du jemals gewinnst. Jean Valjean, halten Sie es nicht für möglich, dass Güte und Liebe Vermögen einen Menschen zu ändern? Oh, Cousette, was wird denn jetzt nur aus uns zwei? Ihrer kleinen Tochter wird es bei uns an überhaupt nichts fehlen. Ein Kind sollte ab und zu spielen dürfen, besonders an Weihnachten. Und manche sollten ihre Nase nicht in fremde Angelegenheiten stecken. Du hast keine Ahnung, wie das Leben ist. Deshalb will ich es selbst kennenlernen. Paris ist ein Pulverfass. Es genügt ein Funke und es geht hoch. Feuer! Dann lebe die Revolution! Berlin! Das war's für heute.